So, bevor das Video gleich losgeht, nochmal eine kurze Info. Das Video wurde vom Anspruchsteller-Box gesperrt, wegen den visuellen Inhalten. Ich habe einfach ganz normalen Trailer benutzt, hat den wohl nicht gefallen, darum wurde das Video gesperrt. Und darum muss ich das Video nochmal bearbeiten, rendern, etc. Und nochmal neu hochladen. Und ja, ihr seht jetzt kein Bildmaterial vom Trailer, sondern ein Bildmaterial von meiner Katze. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ton ist dasselbe, der wurde nicht bemängelt. Und darum wünsche ich euch jetzt trotzdem noch viel Spaß mit dem Video. Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und ja, willkommen zur meiner Meinung-Review zu Deadpool 2. Aber bevor ich damit loslege, will ich euch noch kurz eine Info geben oder etwas noch dazu sagen zu meinem neuen Projekt auf YouTube. Ich nenne es einfach mal die Film-Ecke. Und ja, der Grund deswegen ist, ich habe jetzt eh angefangen dieses Jahr Videos zu drehen. Oder Videos zu drehen, einfach Let's Plays zu machen. Und letztes Jahr hatte ich eigentlich die Idee, oder generell war ja die Idee, dass ich einfach Film-Reviews mache. Oder meine Meinung zu dem Film halt äußere. Und die Idee hatte ich letztes Jahr, nachdem ich in einen Film reingegangen war, der hervorragende Kritiken hatte. Und, ähm, den ich aber furchtbar scheiße fand. Und, ähm, ich fühlte mich in diesen Kritiken, die ich wiedergespiegelt, wie gesagt, ähm, und darum kam ich jetzt auf die Idee. Ich weiß, es machen tausend Leute ebenfalls schon, aber ich, ähm, nutze jetzt diese Plattform, um meine Meinung, freischnauze, einfach über ein Film zu äußern. Bei mir gibt es keine Sternchenwertung, keine Punktbewertung. Ähm, ich sehe das Ganze aus meiner Perspektive und ich versuche das aus meiner Perspektive einfach wiederzugeben. So, soviel dazu, zu meinen Anliegen und jetzt mal zu Deadpool 2. Ähm, ich versuche mal kurz den Plot-Spoiler-frei zu machen. Und ich glaube auch im Wesentlichen wird ja auch alles in den Trailern erzählt. Und, ja, der Plot ist jetzt nicht so groß, er passt locker auf den Bierdeckel, konzentriert sich im Wesentlichen natürlich auf Deadpool. Den Neuzugang, Cable, das ist dieser Typ mit den Metallarmen, den fetten Waffen. Ich meine, die meisten werden ihn eh schon aus den Comics kennen. Die ihn nicht kennen, ist nicht schlimm. Der Typ kommt aus der Zukunft und, ja, der Grund, warum er in die Vergangenheit reist, ist ganz einfach. Seine Familie wird gekillt, die Zukunft ist im Arsch. Und, ja, der Grund dafür gibt es, ist ein Bösewicht und um ihn aufzuhalten, also das schafft er auf jeden Fall nicht in seiner Gegenwart. Darum reist er zurück in die Zeitlinie von Deadpool. Und, nämlich in dieser Zeitlinie ist der Bösewicht, nämlich ein ganz normaler Teenager mit Teenager-Problemen. Und, ähm, ist noch gar nicht böse. Und darum versucht, sag ich mal, Deadpool ihn zu beschützen, vollerhalten kann, ein nerviger Teenie ist und keine große Gefahr. Ja, und Unterstützung kriegt Deadpool von den X-Men, die klassischen X-Men, die man kennt. Negathronic Teenage Warheads und Colossus. Neu dazu kommt dann Yokio. Irgend so eine Asiatin, ich kannte sie auf jeden Fall nicht. Zeitgleich wird er mit Wiesel noch die X-Force gründen und es gibt viele Menge Schlägereien und Action. Ich glaube, das war's zum Plot. Ja, da kurz und schmerzlos, ne? Ähm, ja, zu Ryan Reynolds und Joss Brolin, ähm, ja, braucht man nicht viel sagen. Und die, die spielen ihre Rollen gut, also, äh, gerade, äh, Joss Brolin, den ich eigentlich aus anderen Filmen kenne. Ähm, ich überlege gerade, wie die Filme hießen, aber er spielt ja gerade aktuell leider ja die Stimme von Thanos. Ich kenne ihn aus Goonies, da habe ich ihn das erste Mal wahrgenommen. Und die letzten Jahre kenne ich nun noch No Country for Old Men von ihm und Gangster Squad. Ähm, darum konnte ich mir ihn, also, ihn noch nicht in diese Rolle vorstellen, aber er macht's ganz gut. Und Ryan Reynolds, brauchen wir nicht drüber sprechen, ähm, ist super. Und sogar der kleine, nervige Teenager, gespielt von Julian Dennison. Ähm, ja, den kenne ich ja aus dem Film, wo die wilden Menschen jagen, auf Englisch, Hunts for the White People. Da hat er mir auch schon gefallen, ein bisschen nerviger Charakter, auch da, aber auch irgendwie sympathisch. Und, ja, Regie ist David Leitsch, oder, nee, Leitsch war das, glaube ich. Der hat auf jeden Fall Atomic Blonde gemacht und John Wick. Und, ähm, hat jahrelang in Hollywood als Stuntman gearbeitet. Und, ähm, ja, er liefert so Lieder ab. Ne, also, Action kann er. Das sieht man auch. Ähm, Altersfreigabe FSK 16, wie erwartet. Und eine Länge von 119 Minuten. Soweit dazu. Das war alles so weit Spoiler-frei. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie. Und jetzt wird's, ja, Spoiler. Spoiler-Alarm! Ich will jetzt nicht die ganze Handlung vorwegnehmen. Also, wie gesagt, die Zukunft ist ein Arsch. Und, ähm, natürlich, ähm, wenn Cable natürlich in die Zeitlinie von Deadpool kommt, ähm, gibt's natürlich einige Probleme. Und, aber egal, der Film fängt auf jeden Fall erstmal lustig an und bezieht sich auf den Tod von Logan. Von Wolverine. Ähm, ja, und Deadpool verabschiedet sich noch von ihm. Das war eigentlich noch ganz cool. Ähm, ja, zu den beiden quasi neuen Charakteren. Also, er wird zwar in dem Film die X-Force gründen, aber sie haben nicht so eine große Rolle. Die meisten haben halt nur, sind nur dafür da, um ein, zwei Gags zu liefern und dann sterben sie alle. Außer Domino, die überlebt, weil ihre Fähigkeit ist das Glück. Und, ähm, ja, das sieht man auch sehr häufig in dem Film. Und ist einer der Charaktere, wo ich sage, dass die ein bisschen weiter ausgearbeitet sind. Natürlich, Cable ist natürlich auch, man sieht am Anfang seinen Beweggrund, warum er alles tut. Und man kann es halt nachvollziehen. Und, ähm, natürlich arbeiten sie später zusammen. Cable, Domino, ähm, versuchen gegen den Bösewicht zu kämpfen, weil der hat zum Schloss nämlich, also der Bösewicht ist eigentlich quasi dieser Teenager. Und, ähm, Firefist heißt er, nennt er sich später. Und sein Kumpel, den kriegt er da aus dem Ausbruch, ist nämlich Juggernaut. Juggernaut ist auch, äh, die Stimme im Englischen von Ryan Reynolds ein bisschen verändert. Im Deutschen habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Das war eher so ein Ding, was ich erst im Nachhinein, äh, mitgekriegt habe. Und, haha, dieser Fight ist super. Also, alleine zu sehen, wie Deadpool einmal auseinandergerissen wird von, äh, äh, von Juggernaut, ist einfach nur sagenhaft. Muss man gesehen haben. Ähm, ja, unter den anderen X-Force gibt es auch ein paar bekannte Gesichter. Ähm, Terry Crews, muss man nicht viel sagen. Bill Skarsgut, das ist der aktuelle Darsteller von dem S-Film. Das böse Monster. Und Brad Pitt hat auch ganz kurze Nebenrolle. Das ist nämlich der unsichtbare Typ von den X-Force. Das ist der Venisher. Den sieht man, den Brad Pitt sieht man aber echt nur so ein, zwei Millisekunden. Oder Sekunden, sag ich mal. Da muss man echt aufpassen. Und zwar, äh, springen sie alle mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug raus. So, yeah, und alle sterben irgendwie. Und der Venisher stirbt allein, äh, dadurch, dass er an so einen Strommast, äh, auf so einen Strommast kommt. Und der Typ ist unsichtbar. Man sieht nur den Fallschirm. Und als er halt auf diesen Strommast aufkommt, leuchtet er natürlich auf. Und man sieht, wie Brad Pitt stirbt quasi. Das sind aber echt nur ein, zwei Sekunden. Und danach ist er schon wieder vorbei. Cut. Äh, Matt Damon hat auch eine ganz kurze Nebenrolle. Und ich denke mal, ich habe wieder ein, zwei Leute vergessen und übersehen. Das kann natürlich auch sein. Ähm, natürlich gibt es wieder im Film wieder viele Anspielungen. Ich glaube, von, auf Wolverine waren es zwei Stück. Ähm, dann gab es noch die interessante Frage, in welcher Zeitlinie befindet sich denn Deadpool? Ich glaube, der hat im ersten Teil auch eine Anspielung drauf gemacht. Ist da jetzt, ähm, in der X-Men-Geschichte mit Patrick Stewart. Als X-Men, ihr wisst, der Glatzköpfige. Wohl der andere, äh, Darsteller, der jetzt, äh, Xavier spielt, ist ja auch ein Glatzkopf. Aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Die aktuelleren X-Men, die gerade gegen Apocalypse gekämpft haben, zum Beispiel. Und die Antwort ist, ja, es sind die X-Men, ähm, aus der Apocalypse-Zeitlinie. Ähm, denn in der Situation, dass, ähm, Deadpool mal wieder zu den X-Men hingeht und Hilfe braucht, auch. Ähm, gibt es Situationen, dass sich beschwert, hey, Mann, wo sind denn alle? Wo sind denn schon wieder die ganzen X-Men? Und, ähm, ja, da gibt es eine Situation, da steht es mit einem Rücken zu einer Tür, die gerade offen ist und da ist gerade so eine Versammlung von den X-Men. Und, äh, Deadpool kriegt das nicht mit und leise und vorsichtig schließt dann Beast die Tür, damit, ja, keine Aufmerksamkeit auf ihn fällt. Und somit weiß man endlich, in welcher Zeitlinie, ja, Deadpool spielt. Ähm, was gibt es noch Cooles zu sagen? Also, der Film ist sehr unterhaltsam, sehr gute Action, gefällt mir eigentlich noch besser als aus dem ersten Teil. Okay, und, ähm, ja, natürlich sind die Endcredits natürlich auch wieder super, denn zum Schluss gibt es natürlich ein Happy Hand, ne? Also, in den Endcredits kriegt Deadpool quasi das Beste eigentlich am ganzen Film, das Gerät, mit dem Cable in die Vergangenheit gereist ist. Und komischerweise funktioniert es. Und, ähm, weil ich glaube, es ging im Film kaputt. Oder, ich habe es wieder vergessen. Egal. Auf jeden Fall konnte er damit in die, äh, Vergangenheit reißen und alles wieder richtig, äh, packen, äh, stellen. Und zumindest in dem Augenblick damals, als die X-Force dann aus diesem Flugzeug gesprungen sind und alle qualvoll gestorben sind, konnte er dies irgendwie alles verhindern. Er hat auch ein Happy Hand für Cable gesorgt. Und jetzt kommen die besseren Sachen. Alma killt Deadpool Deadpool. Wie sagenhaft ist das denn? Denn wir hatten doch aus den X-Men Origin Wolverine-Filmen einen schlechten Deadpool, der nicht sprechen konnte, Laser aus den Augen schießen konnte und komische Messer oder Schwerter kamen aus den Armen. Ähm, es gibt eine Szene wirklich, die wie aus dem Film ist, bloß dass quasi Deadpool vor ihm steht und ihn in einen Kopfschuss versetzt. Nächste Szene, ich glaube, die war darauf folgend, war noch besser. Man sieht Ryan Reynolds, wie er das Skript zu Green Lantern in der Hand hält und sich einen Ast freut. Hinter ihnen steht Deadpool und gibt sich selbst einen Kopfschuss. Eigentlich hatten wir jetzt hier so einen Zeitparadox, denn wenn Ryan Reynolds zu Deadpool schon tot ist, wie kann er dann, nein, zu Green Lantern schon, oder vor Green Lantern abgedreht wurde, schon stirbt, wie kann er dann Deadpool drehen? Aber egal. Der Film war ein Heidenspaß. Ich habe sehr viel gelacht. Ich habe sogar ein bisschen Pipi in den Augen gehabt. Mir hat er sehr gut gefallen. Und die Frage ist jetzt nur für mich, wie geht es weiter? Ich glaube, am Ende gab es noch einen kleinen Schwenk, auf was jetzt in der Zukunft passiert, mit diesem S-Corp. Das ist so eine Firma von dem Mr. Sinister. Aber da weiß ich nicht viel drüber. Da bin ich nicht so in der Materie. Da gibt es wahrscheinlich andere Leute, die da spekulieren und sich ein bisschen besser auskennen. Was ich mich fragen würde, also der Bösewicht interessiert mich eigentlich gar nicht. Okay, Juggernaut war eine riesen Überraschung. Juggernaut war auch viel cooler als in dem X-Men-Film, als er davor kam. Und es ist viel größer, massiger, wie man es aus dem Kino kennt. Kino-Comic, Verzeihung. Und ich würde mich eigentlich freuen, also ein dritter Teil wird definitiv kommen. Definitiv. Ich weiß nicht, ob er vielleicht mal was mit den X-Men macht oder mit den Garnets of the Galaxy. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich könnte mir auch einen Crossover mit einem Spider-Man vorstellen, wohl mit den aktuellen Spider-Men eher weniger. Was könnte noch cool sein? Punisher wäre cool. Ich hatte einen Comic gelesen, also Deadpool ist ja nicht doof, aber er ist auch nicht intelligent. Manchmal. Manchmal denkt er nur an Pizza oder an, na nicht Pizza, was hat er nochmal gegessen? Ich habe es vergessen. Manchmal ist er voll weg. Also von den Themengebieten. Und das hat Punisher halt ausgenutzt. Er hat ihnen die Arme abgeschnippelt, ein paar Mal einen Kopfschuss geschossen. Aber später haben die, glaube ich, zusammengearbeitet und dann die Bösen gekillt. Das wäre auch cool. Oder so ein Kill-Team wäre immer ganz geil. Ich sage mal, Punisher, Deadpool, Hulk und Wolverine. Die vier, die rupfen alles auseinander. Da hat keiner eine Chance. Bin ich so der Meinung. Ich würde es gerne sehen. Wenn ihr anderer Meinung seid, ab in die Kommentare. Generell, wie fandet ihr den Film? Schreibt es mir auch in den Kommentaren. Und wenn euch dieses Format gefällt, dann ebenfalls. Abschließend habe ich nicht viel zu sagen. Außer, dass ich gerne Filme gucke und viel gucke und auch viel Schwachsinn. Und ja, ich werde mich jetzt so zu ein, zwei Dingen, werde ich mich äußern. Mein nächstes Projekt, womit ich mir gerade so ein bisschen auf die Fingernägel beiße, wird Han Solo sein. Und ihr dürft gespannt sein, was meine Meinung zu diesem Film ist. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Lass dein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.